Das Buch des Propheten Jesaja ist eines der bekanntesten und meistgelesenen Bücher des Alten Testaments. Einige bezeichnen Jesaja sogar als den fünften Evangelisten und dies, wie ich finde, völlig zu Recht. Auf kein anderes Buch aus dem Alten Testament wird im Neuen Testament so oft Bezug genommen wie auf das Jesajas. Wir lesen sogar in der Apostelgeschichte, dass das Buch Jesaja im Zuge eines Bekehrungserlebnisses eine entscheidende Rolle spielte. Der Diakon Philippus begegnete durch Gottesweisung einem Kämmerer aus Äthiopien, der gerade aus Jesaja vom Lamm Gottes las. Ausgehend von dieser Stelle konnte Philippus jenem Kämmerer die frohe Botschaft vom Erlösungswerk Jesu Christi verkündigen. Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Jesajas eigener Name offenbart uns eigentlich schon, was die Hauptbotschaft seines Buches ist. Bedeutet nämlich sein Name so viel wie der Herr rettet. Jesaja zeigt uns auch, wovor uns Gott bewahrt bzw. wovon er uns erlöst. Deshalb sind die Warnungen und Prophezeiungen Jesajas nicht ausschließlich an seine Zeitgenossen aus dem Volk Israel gerichtet, sondern auch an uns. Das Buch Jesaja offenbart zwei nicht zu trennende Wesenszüge des Allmächtigen Gottes, Gerechtigkeit und Gnade. Dementsprechend lässt sich dieses Prophetenbuch auch in zwei Hauptteile untergliedern. Im ersten Teil von Kapitel 1 bis 39 offenbart Jesaja das kommende Gericht für die Sünden Israels, Judas und der Heidenvölker. Der zweite Teil von Kapitel 40 bis 66 hat vor allem einen tröstenden und hoffnungsvollen Charakter und verheißt Erlösung. Das ganze Buch enthält an zahlreichen Stellen Verheißungen vom kommenden Messias, der sein Volk befreien und in Gerechtigkeit herrschen wird. Dieser Erlöser ist unser Herr Jesus Christus, der auf der einen Seite als starker Gott, Friedefürst und König angekündigt, aber andererseits auch als Knecht des Herrn offenbart wird, der durch sein Leiden Heil und Erlösung bringen wird. Wenn wir also im Alten Testament nach Verheißungen über den Sohn Gottes suchen wollen, dann ist Jesaja eine reine Schatzkammer. Lasst uns diese Schatzkammer betreten und die Schätze Jesajas erforschen. Dazu wünsche ich Gottes Segen und denkt immer daran, Gott ist mit uns.